Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Sanktums-Erfolgsvideo. Heute geht es um den vorletzten Boss und zwar den guten Kelthusat und für diesen Erfolg müsst ihr im Vorfeld die Augen offen halten. Denn das Ziel ist es im Vorfeld drei Schleimkätzchen anzuklicken, um dann die Erfolgsmechanik für diesen Erfolg zu aktivieren. Das erste Kätzchen findet ihr beim Trash kurz nach dem ersten Boss. Bevor ihr links zum Auge des Kerkermeisters rennt, müsst ihr euch einmal nach rechts drehen und seht da dann das Kätzchen in der Ecke. Einfach anklicken und Schritt 1 von 3 ist fertig. Das zweite Kätzchen wartet kurz vom Garrosh-Boss, vom Seelenfetzer, auf uns. Wenn wir an dieser Kreuzung stehen, links in der Suhe, geradeaus Leidensschmied und rechts Seelenfetzer, dann folgen wir dem rechten Weg, biegen aber auch nicht zum Boss ab, sondern bleiben noch auf diesem dunklen Weg, folgen also nicht dem roten Licht und am Ende dieses Pfades, da müsste links ein weiteres Kätzchen sitzen. Das könnt ihr einfach anklicken und zack, habt ihr 2 von 3. Das dritte Kätzchen ist dann wiederum sehr einfach. Das ist nämlich Mr. Bigglesworth höchstpersönlich und der sitzt einfach gegenüber von der Keltusat-Bosskampf-Plattform. Den klickt ihr einfach an und jetzt ganz wichtig, damit aktiviert ihr die Erfolgsmechanik, denn der Spieler, der den anklickt, der trägt ihn auch auf dem Rücken. Dieser Spieler muss in der Zwischenphase nun das Philakterium des Bosses betreten. Das muss ja sowieso gemacht werden, in der Regel macht das eine eingeteilte Gruppe mit ein paar DDs und einem Heiler. Die gehen dann, während die anderen die Ads bekämpfen, in dieses grüne Leuchtezeug rein, drücken den Extra-Button und sind dann in dieser Philakterien-Phase, wo sie ein bisschen ausweichen und Schaden drücken müssen. Und da muss der Spieler mit der Katze auf dem Rücken auch rein, um dann diesen Extra-Button mit der Katze zusätzlich zu drücken. Das Drücken dieses Knopfes ist dann im Grunde auch schon die Erfolgsmechanik und wenn ihr den Boss dann umhaut, dann gilt das Ganze als erfüllt. Allerdings sorgt das Zeigen des Kätzchens auch dafür, dass die Ads ordentlich mehr Schaden verursachen. Muss man also aufpassen, dass man da dann den ein oder anderen CD ready hat, beziehungsweise das Ganze ein bisschen passender timet. Solltet ihr dann den Rest des Kampfes sauber über die Bühne bringen, dann ist der Erfolg auch schon euer. Ich drücke euch die Daumen für einen reibungslosen Ablauf und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Macht es gut, haut rein und tschau's!